Herzlich Willkommen zurück zu unserem Let's Play Day Z! Hallo! Genau, mit dem Dominik. Ja, wir haben längere Zeit nicht mehr gezockt und es ist irgendwie ein großer Patch oder so rausgekommen. Oder zwei oder drei. Ja, auf jeden Fall uns ist jetzt so noch nix, eigentlich noch nix spezielles aufgefallen so. Schon seit dem Start so. Ich muss mal meine Maus ein bisschen schneller machen. So, wo bist du hin? Ich bin die Treppen rauf. Gut, dann nehme ich die andere Seite. In der Hoffnung, dass ich irgendwas tolles finde, aber nö. Ich habe das Gefühl, dass die Treppe anders hochläuft. Was ist das denn da? Nicht runterfallen, das ist gefährlich. Ja, ich weiß. Oh, ein rotes Mützchen. Haben wir eigentlich Stöcke dabei? Ich glaube, du hattest Stöcke dabei, ne? Ja, ich hab... Aber da steht null. Ich hab null Stöcke dabei. Das ist, äh, nicht viel. Zweimal. Zweimal. Zweimal null Stöcke? Ja. Hm. Die Hosen sieht anders aus. Ein Sewing Kit, das sieht jetzt auch anders aus. Ich hab keinen Sewing Kit mehr. Ich hab ne... Gittigittigitt. Was hast du denn? Badly Damaged Sachen. Heh, Sachen. Ja, Sachen. Naja, die Treppen-Runterlauf-Animation sieht anders aus, das ist richtig. So. Ich glaub, wir müssen hier rüber... Ah, wir sind ganz nah an dem Dings. Das glaub ich, ähm... Seit ich das mal Dings kenne, ne? Ja, ja. Kann ich die Welt beschreiben? Gott werd ich geblendet! Heh. Sonne! Okay. Man kann, was ich eben grade gelesen habe, ich hab mich grad ein bisschen informiert, man kann, glaub ich... Oh, ne, das war falsch. Man kann jetzt, glaub ich, in allen möglichen Positionen die Dinger machen. Tjo. Ne, kann man nicht. Setzen funktioniert ganz gut. Sitzen. Setzen. Na gut. Würdest du sagen, wir laufen mal weiter? Gerne. Wenn du den Weg kennst, ich kenn ihn nicht mehr. Ja, ich glaube, wir müssen hier lang. Meine ich mal. Wie geht es mir überhaupt? Energized and hydrated. Hm. Ich bin nur hydrated. Naja. So, ich lauf mal hier in den Wald rein. Vielleicht finden wir hier was. Vielleicht gibt's jetzt hier schon sowas. Wild. 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 Wie sieht mit dem Spiel dann aus? Es werden weniger. Das ist sehr gut. Bin mir nicht so ganz sicher, wo wir sind. Tjo. Aber ich meine, wir sind auf dem Weg zum... Dings. Wie nennt sich das denn? Dings. Ich mach mal meine Karte hier an. Schon lang nicht mehr angehabt. Die müssen bestimmt auch geupdatet werden. Nein, nicht Line Runner. Das ist das falsch. Ja, aber es sieht fast genauso aus vom Bildchen her. Die Sonne blenden. Ich hab, als die Patch Notes rauskamen, hab ich mal drüber gesehen, was so alles gemacht ist. Ich hab natürlich die Hälfte wieder vergessen. Ähm. Aber man kann jetzt anscheinend so richtig schön Lagerfeuer machen. So Camping im Wald und so und Zeug so. Ich hab aber keine Stücke mehr. Ach, ich brächte die Beine und nehm das. Super. Was ist das da? Ich hab was irgendwas stöhnen gehört. Jetzt könnte das vielleicht dein Charakter gewesen sein. Ne. Ne, das kann nicht sein. Keine Ahnung wo wir sind. Die Entwickler arbeiten übrigens jetzt an Fahrzeugen. Hm. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt nicht. Da kann man ganz schön schnell umgefahren werden. Ja. Das einzige was mir dazu einfällt ist Miep Miep Motherfucker. Tja, wo sind wir hier? Also links von uns ist ne Ansammlung an Häuschen. Waren wir schon am Airfield? Du stellst Fragen. Ich mein schon. Es ist lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja, ich weiß. Ach, ich setz mal einfach meine Binoculars ein. Können sein, dass wir gleich nach Quotstno kommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Quotstno. Ne, ich könnte auch mal meine Karte einschalten. Auf jeden Fall ist da mal ein Häuschen. Eins. Da oben ist auch... Was ist das? Ist das ne Scheune? Das sieht aus wie ein... Ich hätte jetzt auf den ersten Blick gesagt, das ist ne Scheune, ja. Die Sonne bleibt nicht so heftig. Mit so nen kleinen Schuppen vorne dran. Dann lass mal da hochgehen, vielleicht ist da ja was Feines. Okay. Pack mal die Sonnengläser, die Ferngläser weg. Nicht die Sonnengläser. Bist du schon in die Richtung gelaufen? Oh. Ich bin hier vorne. Was? Hier. Ach da. So. Ich möchte gerne was ausprobieren. Pass mal auf, dass keiner kommt. Chop Kittling. Zack. I have chopped some kindling. Achso. Toll. Kann ich das nicht? Ich... Ich hab nen Baum umgemacht. Chop Firewood. Geht das? Ähm. Das stand mal da, aber... Ob er es jetzt gemacht hat, weiß ich nicht. Machen wir nochmal. Also irgendwie... Das steht da zwar, aber irgendwie... Habe ich was bekommen? Aha. I have chopped some firewood. Aber... Eingesteckt habe ich es nicht. Wie denn auch? Mein Inventar ist voll. Bis oben hin. Ach da. Ah. Ich hab was. Ich hab Feuerholz. Ja? Ja. Ich muss jetzt nur noch irgendwas wegwerfen, was ich nicht mehr brauche. Was haben wir denn? Badly damaged bandage. Weg. Dann... Ich tu mal... Das ist groß. Ich tu mal meine Sticks. Ah. Ich hab noch drei Sticks. Wie oft hab ich denn Sticks gehabt, ey? Badly damaged. Badly damaged. Ich schwerf mal alles... Ich... Schwerf mal alles weg, was badly damaged ist. Mach dirt. Kann man sowieso nicht gebrauchen. Damaged. Ich hab auf jeden Fall noch ganz viel Essen. Oh. Da ist nochmal Feuerholz. Nimm... 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 Man kann... Nochmal Feuerholz? Darf ich mir davon eins nehmen? Da liegt auf jeden Fall eins. So, jetzt hab ich eins in der Hand. Ich nehm mir mal eins. Guck mal. Guck... Guck mal. Ich habe Holz. Ich werde es Holzi nennen. Bandage myself. Ach ne, das sind die weggeworfenen. Mach das mal... Mach das mal an. Wie soll ich denn das mit anmachen? Ja, anzünden halt. Ich weiß nicht mal, ob ich noch Streichhölzer hab. Ich hab 81 Streichhölzer. Ja, sieh, sieh, sieh. Ich glaub, äh... Die hast auch nur du. Aber wie... Ich kann den nicht hinlegen, oder? Ne. Ne. Ich muss jetzt immer damit rumlaufen. Wo hast du den jetzt hingebracht? Ach, da ist er. Okay. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Nein! Das ist... Du sollst sie nicht wegwerfen. Split into thirds. Mach mal mal. Okay. So, kann man das jetzt hier anzünden? Ups. Split wooden sticks. Stehen zwei im Feld und versuchen Feuer zu machen. Wie macht man denn Feuer? Ja, das fragst du mich. Split wooden sticks inspect. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Vielleicht braucht man ja auch was Bestimmtes dazu. Eine beschädigte Batterie. Leck ich doch mal dran. Ich mach mal noch mal ein bisschen Feuerholz. Die Batterie fühlt sich ziemlich voll verabschiedet. Der Ex ist verabschiedet? Bitte was? Oh, das ist aber schlecht. Dann könnte ja meine auch kaputt gehen. Wie sieht denn meine Axt aus? Ach nö, komm hier. Chop. Ach. Normal. Willst du mich verarschen? Normal. Das heißt, wir müssen jetzt eine neue Axt für dich finden? Jo. Ach, schön. Da ist nochmal Holz. Split into thirds. Ah, dann kannst du Sticks draus machen. Okay. Ja, das hab ich auch schon gemacht. Jetzt weiß ich nie, ob man daraus noch Feuerholz machen kann. Also, Feuer. Ne. Also, zumindest krieg ich mal keine weiteren Informationen dazu. Ich ess mal einen Apfel. Ich brauch Platz im Inventar. Ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das möchte ich damit. Vielleicht, wenn man die in die Hand nimmt. Jetzt hab ich sie weggeworfen. Na, bravo. Bravorös, bravorös. In die Hand. Hallo. Pack die scheiß Axt weg. Pack die scheiß Axt weg. So. Neun. Habt ihr hier irgendwo einen gehabt, oder hast du den? Hab ich den jetzt zufällig mitgenommen? Weiß ich nicht. Vielleicht hab ich den auch irgendwo hingelegt. Ne, also hier direkt vor mir liegt noch einer. Ich kann den nicht in die Hand nehmen. Ich auch nicht. Tja. Groove wooden sticks. Oh, man kann das sogar kombinieren. Aber maximal vier anscheinend. Ne, Groove wooden sticks. Ne. Nein, doch. Oh. Hm. Ich würd mal sagen, wir behalten das mal im Auge und lesen uns das fürs nächste Mal durch, was man da so machen kann. Ja, genau. Vielleicht findet man ja noch ne Pfanne oder so. Können wir dann das nächste Mal richtig doll Picknick machen. Mit Bären und Hasen und Hirschen. Ja, genau. Wie läufst du das? Wie sieht denn die Animation bitte aus? So voll mit den Armen schwingt, gell? Da vorne kommt ein Dörfchen und da ist auch ein Straßenschild eventuell. Ja, ich seh dann eben eins. Warte mal, wenn ich aufstehe, kann ich's vielleicht lesen? Ne. Mal ein bisschen näher reingehen. Ne, das hängt aber daran, dass das Straßenschild falsch rum da hängt. Wie? Hier. Ach so. Das ist ein... Ja. Das Eingangsschild, das war hinterm Baum. R'boevo. R'boevo. Ja, quatzt noch. Da, wo ich dachte. Wunderbar. Nur wo ist die Frage? Auf jeden Fall gibt's da einen Shop. Und jede Menge kleine Häuschen. Mhm. Boah, das sieht so bescheuert aus, dass ich jetzt glatt meine Waffe in die Hand nehmen muss. Wie der da mit den Armen wedelt. Ach so. Shop Firewood. Willst'n ganzen Baum hier ummachen? Ja, ummachen. Schmachtsch um. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Pistol-Flashlight. Ich hab ne Pistole, vielleicht passt die hier da drauf. Ich hab auch eine Pistole. Hihihihi. Hihihihi. Sie passt drauf. Jetzt hab ich ne Pistole mit... Huch, was haben wir denn hier? Einen Mützchen? Hast du ein Zombie gefunden? Nee, ich wurde teleportiert. Ach. Und auf einmal ist es hell und jetzt nicht mehr. Das Übliche also? Ja. Ich bin, äh, gerade wieder aus dem Haus raus und steh jetzt auf der Straße. Ich kann nicht sehen. Willst du hoch zu... dem... Dings? Ja, lass uns zum Dings gehen.